Hallihallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend. Ich hoffe es geht euch alle gut. Für alle die, die mich nicht kennen, ich bin Selin und ich bin die Gründerin von CV Beauty bei Selin Viktor. Freut mich riesig, falls du schon Kundin bist und wenn du noch nicht Kundin bist, dann hoffe ich, dass ich dich mit der heutigen Live-Show überzeugen kann und dir noch einmal in Sekundenschnelle zeigen kann, wie das Ganze funktioniert und wie einfach das Ganze ist. Nicht nur in der Werbung, die du vielleicht schon von mir gesehen hast oder auf Social Media, sondern nochmal anhand von einer längeren Live-Show, um dir wirklich zu präsentieren, wie super einfach es funktioniert, dass du keine Scheu haben musst und ich werde jetzt einfach Schritt für Schritt dir alles versuchen zu sagen, dir alles versuchen zu zeigen, um dich zu überzeugen oder falls du schon Produkte von uns hast und dir noch etwas schwer tust oder eine schwere Zeit hast, dir zu helfen, dir wirklich alle Tipps zu geben, die ich habe. Also meine Liebe, ich trage heute Abend die Wimper Adriana, die habe ich mir schon heute früh angebracht, trage den ganzen Tag, die Wimper hält bombenfest. Ich habe sie angebracht mit meinem transparenten Couture Eyeliner. Ich empfehle immer, die Couture Eyeliner in transparent, braun oder schwarz zu verwenden, vor allem, wenn ihr Lidschatten trägt, da die Filzspitze von den Magic Eyelinern sich irgendwann verstopfen kann, wenn ihr zu viel Lidschatten oder Eyeliner auf die Filzspitze bekommt, da die Flüssigkeit ja durch die Filzspitze durchlaufen muss. Und beim Couture Eyeliner ist die Flüssigkeit in dem kleinen Fläschchen und ihr habt einen kleinen Pinsel, mit dem ihr einfach nur eintaucht und den könnt ihr auch waschen und reinigen, komplett säubern und dann wieder neu verwenden, sollte er mal verklebt sein von Rückständen von deinem Make-up. Also ich zeige euch jetzt einfach, wie das Ganze funktioniert. Im Endeffekt, ihr bekommt eure Produkte von CV Beauty nach Hause geschickt. Am besten entscheidet ihr euch für ein tolles Set. Wir haben ganz, ganz dezente Sets, mittlere Sets, längere Wimpern, glamouröse Wimpern. Es ist wirklich für jeden was dabei. Wenn du dir nicht sicher bist, kann ich dir nur empfehlen, mach das Wimpern-Quiz. Das ist direkt auf der Hauptseite von CV Beauty.de. Es dauert 90 Sekunden und du bekommst danach maßgeschneidert ein Set oder einzelne Produkte von uns an deine E-Mail-Adresse gesendet und das ist einfach grenzgenial und hilft dir bei der Entscheidung. Wenn du das Quiz nicht machen möchtest oder zusätzlich zum Quiz eine exklusive Beratung haben möchtest, schreib uns doch rechts unten auf CVBeauty.de im Live-Chat. Du machst die Seite auf und rechts unten poppt so ein kleiner Kreis auf, auf den klickst du und da schreibst du einfach deine Fragen rein. Du kannst ein Foto hochladen und bekommst eine exklusive Beratung. Wir fragen dich genau nach was du auf der Suche bist, nach dezenten Wimpern, stärkere etc. und helfen dir dann das perfekte Set oder die perfekten Einzelprodukte zu finden. Für alle die noch nicht wissen wie CV Beauty funktioniert und zwar ist das ganz ganz speziell. Es ist ohne Kleber und ohne Magnete. Unsere Wimpern haben keine Magnete auf dem Band. Ich zeige euch das auch ganz ganz gerne. Hier habe ich zum Beispiel die Wimper Iris. Eine ganz ganz schöne Wimper aus der Luxuskategorie in mittleren Längen. Und zwar nehme ich dann immer die Wimper aus der Packung raus. Somit kann ich die Wimper super einfach entfernen von dem Tray. Ich nehme dazu immer meinen Fingernagel oder eine Pinzette, ziehe am äußeren Rand und dann löse ich die restliche Wimper. Wir machen immer in der Manufaktur hier eins, zwei, drei kleine Kleckse von einem Haftungskleber rein. Das ist aus diesem Grund, damit die Wimper in dem Halbmond ist und die dann einfach die wunderschöne Form hat, wenn du sie aus der Verpackung nimmst und nicht wie herkömmliche Billig- oder Plastikwimpern aus den Retailern dann einfach super geradlinig sind und ihr einfach dann eine schwere Zeit habt beim Anbringen. Ihr seht, man könnte es sogar rein theoretisch mit den Fingern machen, jedoch immer noch schwieriger als mit dem besten Helferlein, dem Applikator. Und hier nochmal ganz kurz für alle, die unsere Produkte noch nicht haben. Hier sind keine Magnete am Wimpernband. Es ist ein hundertprozentiges Baumwollband und es ist wirklich ganz, ganz weich und wunderschön. Alle unsere Wimpern sind handgewebt. Ihr seht, die Qualität ist einfach unglaublich und wenn du sie in echt siehst, du wirst es einfach merken. Es ist einfach 1000 zu 1, wenn du dir Billigwimpern kaufst, im Gegensatz zu diesen Wimpern. Die Sache ist immer, Billigwimpern kosten auch an die 5, 10, 15 Euro. Kannst du ein bis maximal zweimal tragen. Sehen immer günstig aus im Gesicht und im Endeffekt werten die dein schönes Gesicht ab. Und unsere Wimpern kannst du 40 bis 60 mal verwenden. Und das schöne ist, das Band brauchst du einfach nur leicht abzupfen nach 5 bis 6 Anwendungen von einem Magic Eyeliner. Einfach die Rückstände leicht mit den Fingerspitzen abziehen und fertig. Was ich noch empfehlen kann, ist eine Bürste von CV Beauty. Das ist eine extra gemachte Wimpernbürste. Mit der Bürste kannst du deine Wimpern dann immer wieder schön ausbürsten. Am besten in den Tray reinlegen und dann direkt vom Wimperntray die Bürste einfach schön bürsten und dann kommt sie wieder super, super schön in die Form. Also meine Lieben, ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr die Wimpern bekommt, dass ihr als erster die Box öffnet. Dann nehmt ihr aus der Box den Wimperntray heraus. Ihr habt ja auch einen Spiegel für die Anbringung. Und dann löst ihr mit dem Fingernagel, wenn ihr keinen Fingernagel habt, dann mit einer Pinzette das äußere Ende und zieht dann die Wimper vorsichtig ab, so wie ich es bereits gemacht habe. Dann ganz, ganz wichtig den Applikator immer dazu kaufen. Das ist das Helferlein. Und nein, wir wollen ihn euch nicht andrehen, aber er ist essentiell, damit du deine Wimpern so einfach andrehen kannst wie ich nach ein paar Übungssessions. Bei mir sieht es immer super einfach aus, aber ich habe auch mal begonnen mit den Wimpern und es war auch nicht so super einfach für mich beim ersten Mal. Aber wenn du dich zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal hinsetzt, schaffst du es genauso schnell wie ich. Sobald du den Dreh raus hast, weißt du genau, wie dein Auge ist und wo du die Wimper ansetzen musst, damit du es perfekt schaffst. Und im Endeffekt ist es mal ganz, ganz wichtig, dass du die Wimper einspannst in den Applikator unterhalb von dem Baumwollband, damit du eine super tolle Stabilität hast und die Wimper nicht herumwackelt. Und dann ist es immer ganz, ganz wichtig, dass du die Wimper vorher antestest. Ich habe hier schon die Wimper Adriana oben. Die nehme ich jetzt einfach mal ab, immer von innen nach außen abziehen. Genau, hier habt ihr dann etwas Rückstände vom Magic Eyeliner Transparent. Die kann man einfach abzupfen, aber ihr braucht keine herkömmlichen Abschminkreinigungsprodukte verwenden, einfach nur für euer eigenes Auge. Das zeige ich dann auch, welches neue Produkt ich gefunden habe bei Müller, welches super einfach funktioniert für Abschminken von Make-up und von den Magic Eyeliner. Und zwar dann immer von oben nach unten. Ich habe meinen Arm immer in dieser Stellung. Mein Auge habe ich halb geöffnet und dann von oben nach unten einfach mal diese Technik anwenden. Einfach immer von oben nach unten, wie wenn ihr die Wimper fallen lässt. Einfach mal diese Übung ein paar Mal machen ohne Magic Eyeliner oder Couture Eyeliner und dann bekommt ihr einfach mal diesen Handgriff Intus. Dann ist es ganz wichtig, wenn ihr die Wimper ansetzt, das Band hat eine Länge von 2,9 Zentimeter. Das heißt, das passt auf 90 Prozent der Augen. Das ist toll, natürlich bestens, dass wir alle anders aussehen und nicht alle gleich. Das heißt, wir haben natürlich auch nicht alle dieselben Augen, nicht dieselbe Größe, nicht dieselbe Farbe, nicht dasselbe Lid, nicht dieselben Abstände. Aber das macht ja nichts. Zu 90 Prozent passt diese Wimpernlänge auf unsere Augen. Und wenn nicht, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Wimper unten mal so ansetzt mit dem Applikator und dass ihr immer hier endet am beweglichen Lid. Also die Wimper soll nicht hier rausgehen, sondern sie soll enden hier am beweglichen Lid. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den kleinen Finger hier anmacht und die Wimper soll auch nicht beginnen vor Ende des kleinen Fingers, damit wir immer im beweglichen Lid uns frei fühlen können und damit sich die Wimper nicht innen oder außen löst. Löst sich deine Wimper, ist es ein Indiz dafür, dass das Wimpernband für dein Auge zu groß ist. Das heißt, ich mache jetzt die Wimper ab und ihr seht, bei mir passt es perfekt. Hier ist eine kleine Fingerbreite und hier bin ich am Ende des beweglichen Lids. Wenn das für dir zu lange ist, dann nimmst du einfach deine Wimpernschere von Celine Victor. Die ist speziell gemacht für unsere Naturfasern und veganen Fasern und das Baumwollband und dann kannst du ganz, ganz filigran, dass die wirklich super dünn ist, man sieht das jetzt im Video nicht so, aber die ist extra so dünn geformt, dass sie ganz, ganz filigran jedes einzelne Haar abschneiden kann. Dann kannst du einfach ganz, ganz filigran von außen oder von innen etwas wegnehmen. Einfach mal nur einen Millimeter, noch einen Millimeter und dann testest du wieder an. Und wenn du hier die Fingerbreite Abstand hast und hier am Ende bist vom beweglichen Lid, perfekt. Also, was ihr natürlich jetzt dann machen könnt, ist, ihr könnt euch entscheiden für den transparenten, schwarzen oder braunen Couture oder Magic Eyeliner. Die Magic Eyeliner sind die Stifte in Form von einem Pen mit einer Filzspitze. Das ist zum Beispiel der braune Magic Eyeliner. Dann zeige ich euch noch den schwarzen, auch immer ganz, ganz wichtig, vorher schütteln die Magic Eyeliner, denn hier ist eine kleine Kugel im Magic Eyeliner, die wird aktiviert, damit die Flüssigkeit einmal durchläuft und dann einfach öffnen und einen Strich zeichnen. Den transparenten male ich euch nicht auf, denn der ist zwar etwas weißer am Anfang, aber wird komplett transparent, das heißt, ihr würdet den auch gar nicht sehen und die Couture Eyeliner sind dann in einem kleinen Fläschchen mit Form einer dünnen Pinselspitze für ganz, ganz präzise Striche, ganz, ganz dünne oder dickere Striche. Die zwei oberen waren jetzt mit dem braunen Couture Eyeliner. Ich liebe übrigens die braunen Töne. Ich finde die wunderschön. Einfach genial für den Sommer. Einfach bringt etwas Frische ins Gesicht und vor allem für braune oder goldene Lidschatten wirklich wunderschön. Also, ich habe mich noch nicht so genau entschieden, aber ich glaube, ich zeige euch einfach mal mit dem braunen Couture Eyeliner, wie das Ganze dann aussieht. Gebt mir mal kurz eine Sekunde, ich mache mal die Musik aus, weil die ist etwas laut. So, bin zurück, muss ich mich nicht so anstrengen, um laut zu sprechen. Das heißt, ich zeige euch jetzt einfach in Sekundenschnelle, wie ihr die Wimper Iris zum Beispiel am rechten Auge anbringt. Ich ziehe mir mit dem Couture Eyeliner einen Strich und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ihr immer genügend Flüssigkeit verwendet. Das heißt, ich nehme mir hier die Box und dann ziehe ich mir einfach einen Strich. Wichtig ist, dass ihr keine Luftlöcher habt und das genügend Flüssigkeit überall ist. Ihr seht, es ist ein wunderschönes, geiles Braun. Ich muss sagen, ich liebe die Brauntöne, egal ob von Magic oder von Couture Eyeliner. Immer wichtig, genügend Flüssigkeit verwenden. Und ganz, ganz wichtig, damit ihr auch genügend Flüssigkeit innen und außen habt, damit sich die Enden nicht lösen. Vor allem die Couture Eyeliner sind natürlich etwas flüssiger, da ihr ja direkt in die Flüssigkeit mit dem kleinen Pinsel ein bisschen eintaucht. Einfach gerne mal ein paar Sekunden trocknen lassen, mal ein bisschen nach oben pusten oder mit der Hand etwas trocknen, damit es nicht ganz so flüssig ist. In der Zwischenzeit, wo habe ich meine Wimper? Die Iris, dann nehmen wir mal hier die Iris. Dann habt ihr auch einen Unterschied zu der Adriana-Wimper. Die Wimper hier vorne einspannen, etwas gucken, dass wir mittig sind und dann, ganz, ganz wichtig, den Arm in diese Stellung vor einen Spiegel stellen. Vor allem auch, wenn man zum Beispiel Probleme hat mit dem Sehen kann ich einen Vergrößerungsspiegel empfehlen. Ich nehme jetzt den kleinen Spiegel von der Box. Wir haben nämlich einen kleinen Spiegel integriert in der Wimpernbox, die du gesendet bekommst, wenn du die Wimpern bestellst. Und dann einfach von oben nach unten direkt auf den Lidstrich legen. Ihr müsst die Wimper wirklich nur ablegen und dann, ganz, ganz wichtig, das innere Ende und das äußere Ende fixieren. Und dann mache ich es immer noch so, dass ich meine Wimper mit den CV Lashes zusammenklemme, mit dem Applikator zusammenpresse, außen, innen und mittig. Und das war's. Ihr könnt das Ganze jetzt noch trocknen lassen und dann nochmal mit den Fingern nachgehen und probieren, dass es einfach funktioniert. Ich zeige euch jetzt auch nochmal, wie es auf der anderen Seite funktioniert. Das heißt, am Abend einfach die Wimper abziehen. Das ist jetzt die Wimper Adriana. Aus der Luxuskategorie eine etwas stärkere Wimper. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment mit der Mystique und der Iris meine Top-Favoriten für den Frühling. Liebe einfach die Wimpern. Ich habe auch etwas größere Augen und dunkle Augen. Das heißt, da schluckt sowieso etwas. Und Adriana, Mystique und Iris sind gerade meine absoluten Lieblinge. Kann ich euch nur empfehlen. Sehen mega genial aus. Und die Wimpern wirken immer auf der Webseite stärker als am Auge. Wir nehmen natürlich auch nochmal den braunen Couture Liner für die andere Seite. Ihr könnt natürlich den Transparenten nehmen. Vor allem für die, die keinen Eyelinerstrich möchten oder auch für die, die keinen Eyelinerstrich zeichnen können. Dafür ist der Transparente grenzgenial. Der wird komplett durchsichtig. Wichtig ist einfach immer nur, dass ihr ganz, ganz genügend Flüssigkeit aufträgt am ganzen Lid. Vor allem außen und innen. Und dann einfach so circa 10-15 Sekunden warten, bis das Ganze etwas antrocknet, damit es nicht so flüssig ist. Und dann die Wimper anbringen, wie mit allen anderen Eyelinern auch. Also, ich nehme jetzt hier den Couture Eyeliner. Für alle die, die reine Eyeliner Looks wollen, kann ich die Magic Eyeliner absolut empfehlen. Wenn ihr Lidschatten trägt, nehmt euch eher die Couture Eyeliner, da die mehr Flüssigkeit haben und ihr die Pinsel super reinigen könnt und nichts verstopfen kann. Also, reine Eyeliner Looks, gerne die Magic Eyeliner. In Verbindung mit Lidschatten kann ich die Couture Eyeliner empfehlen, da ihr die Pinselspitze super reinigen könnt und zum Eintauchen ist. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist für die, die keinen Lidschatten tragen und das Lid abpigmentieren, kann ich immer empfehlen, vorher einen Primer auftragen. Das ist eine Art Creme auf dem Lid, vor allem für die, die ein sehr fettendes Lid haben. Und dann nochmal auf Nummer sicher ein Setting Powder oder klassisches Puder einfach auf dem Lid auftragen und ganz, ganz wichtig hier in der Crease-Kante, da hier oft der Lidstrich sich ablagern kann, da man ja immer wieder anstößt und die Haut fettet und irgendwann wird der Lidstrich durch die fettende Haut wieder flüssig und dann kann sich hier was absetzen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr in der Trockenphase die Augen eher nach unten bewegt, damit sich das nicht gleich oben befestigt und ganz, ganz wichtig eben das Lid mit einem Primer. Das bekommt man bei DM, Müller, im Sephora Online Store, Douglas Marino, überall. DM Beeper auch, Billigmarken haben Primer. Das ist eine Art Creme, einfach am Lid auftragen, für die ein sehr fettendes Lid haben und nochmal den Setting Powder oder normales klassisches Puder anbringen, damit ihr kein fettendes Lid über den Tag habt. Und dann den Lidstrich verwenden. Ich nehme natürlich hier auch wieder den braunen Couture Aligner, denn ich habe ja schon auf der einen Seite Iris angebracht. Und dann tragen wir den Lidstrich mal auf. Ganz, ganz wichtig ist, genügend Flüssigkeit verwenden, damit ihr keine Luftlöcher habt. Also wirklich dann auch gerne nochmal für die, die ganz neu anfangen, das Auge schließen und auf Nummer sicher gehen, damit ihr genügend Flüssigkeit habt. Also ich tauche dann auch wirklich immer noch ein zweites Mal ein. Mache mir da auch echt keinen Stress. Und für alle die, die sich schwer tun beim Zeichnen von Lidstrich, vor allem in der Früh, die sich nicht stressen möchten, einfach den transparenten nehmen. Da könnt ihr euch nicht vermalen. Das ist sehr, sehr dankbar und einfach. Und dann die andere Seite von der Wimper Iris entfernen. Ich nehme immer meinen Fingernagel am äußeren Ende und ziehe dann die Wimper ab. Für alle die, die keinen Fingernagel haben, einfach eine Pinzette verwenden. Am Anfang ist immer etwas Kleber auf dem Wimpernband, da wir einen Haftkleber verwenden, damit die Wimper in der Verpackung hält. Kann man dann gerne abzupfen und dann ist das Band auch schon super schön befreit. Ganz, ganz angenehm. Baumwollfaden, sehr, sehr leicht zu tragen. Und dann einspannen in dem Applicator, damit ihr eine tolle Stabilität habt. Wieder den Arm so nehmen, egal ob ihr rechts oder links Händer seid und dann von oben nach unten vorher gerne üben, mal einfach die Technik des Fallenlassens und dieser Bewegung und dann einfach die Wimper von oben nach unten nur auf den Lidstrich legen. Selbst wenn die äußeren Enden jetzt noch nicht sitzen, nehmt ihr den Applicator in dieser Richtung, befestigt das innere Ende und befestigt das äußere Ende und dann spannt ihr nochmal eure eigenen Wimpern mit den Sivi-Lashes zusammen, klemmt sie zusammen, in der Mitte auch und nochmal am äußeren Rand. Und voilà, so super, super einfach funktioniert es. Das ist die Wimper Iris aus der Luxus-Kategorie, eine wunderschöne Wimper, könnt ihr 40 bis 60 Mal verwenden. Für alle, die die noch nicht bei uns bestellt haben, wir haben auch ganz, ganz dezente Wimpern wie die Expira zum Beispiel mit einem transparenten Band oder die Wimper Dina, auch aus der dezenten Kategorie, wunderschön, sieht in der Verpackung immer etwas mehr aus als in echt und am Auge, also nicht täuschen lassen. Wir haben 18 verschiedene Styles, es kommen jetzt auch bald nochmal natürlichere Wimpern, vor allem mit transparenten Band, Outer Corner Lashes und eine ganz neue Methode von Wimpern. Da werdet ihr natürlich bald Bescheid bekommen von uns und viele haben eine harte Zeit beim Abschminken und da kann ich euch, das habe ich jetzt auch neu für mich entdeckt, von New York Maybelline Yade den Augen-Make-up Entferner empfehlen. Speziell für wasserfestes Make-up von New York Maybelline Yade diesen Make-up Entferner für die Augen. Einfach mal schütteln, dass die Flüssigkeit sich vermengt. Ihr seht, das ist dann alles blau. Dann nehme ich ein Wattepad, gebe Flüssigkeit auf das Pad und dann zeige ich euch jetzt wie super einfach das zum Abreinigen geht. Und da müsst ihr auch nicht stark kruppeln, sondern einfach wirklich nur sanft hin und her. Wichtig ist einfach auch immer, da das Produkt ja von uns so gemacht ist, dass es nicht verläuft, wenn ihr tränendes Auge habt etc., dass ihr auch genügend Reinigungsprodukt verwendet beim Abschminken, denn es trocknet ja wirklich super ein und es ist halt eben so gemacht, dass es wasserfest ist. Das heißt selbst wenn ihr weint oder ins Wasser geht, die Wimpern halten und einfach auch der Lidstrich nicht verwischt. Und daher bitte immer genügend Flüssigkeit verwenden und lieber ein, zwei mehr Wattepads verwenden, damit euer Auge nicht trocken oder rot ruppelt. Und dann kann ich euch auch immer noch empfehlen, die Augen zu waschen mit lauwarmem Wasser, eure Abendroutine machen mit Augenentfernungsmilch oder was ihr auch immer verwendet. Ich habe keine Ahnung, was ihr verwendet. Nehmt euren hergemäßigen Produkte, da braucht ihr euch natürlich nichts extra besorgen. Und was ich dann sehr, sehr gerne machen, ist, wenn ihr keine Augenroutine habt, wie Serums, Cremes oder Öls, einfach mal ein klassisches Olivenöl oder eine Augencreme einfach am Lid auftragen, damit ihr einfach dem Auge Feuchtigkeit gebt. Ist auch natürlich ganz gut, wenn ihr trockene Haut habt, vor allem für den Sommer, super gut zum schlafen. Am nächsten Tag wieder den neuen Prozess machen, eure Packung nehmen, den Lidstrich zeichnen, vorher gerne Primer oder Setting Powder verwenden und dann die Wimper anbringen. Es ist wirklich super einfach für alle, die sagen, ich schaffe das nicht, keine Ahnung. Nehmt euch einfach mal eine Stunde Zeit. Was ist eine Stunde von eurem ganzen Leben, wenn es euch dann einfach so viel Zeit erspart für das restliche Leben. Denn ihr könnt die Wimpern echt jeden Tag verwenden. Es ist grenzgenial. Meine eigenen Wimpern sind so lange wie noch nie, da ich einfach keine Mascara mehr schichtenweise auftragen muss. Und das Ding ist halt einfach auch bei der Mascara, dass es immer verklumpt, verwischt, nie so schön aussieht. Meine eigenen Wimpern sind total geradlinig. Ich hatte allergische Reaktionen bei Mascaras, bei Extensions etc. Und die Wimpern sind einfach wunderschön. Es gibt sie einfach von ganz ganz dezent bis glamourös und es ist einfach angenehm zu tragen. Man spürt die Wimpern, wenn man sie das erste Mal trägt, vielleicht zwei Minuten. Dann merkt man nicht mal mehr, dass man Wimpern trägt. Und es ist halt wirklich super einfach und es kann halt einfach jeder. Egal ob es Freunde sind, mein Papa, mein Bruder, meine besten Freundinnen, meine Oma. Egal wer. Jeder so, nein, 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 das schaffe ich nicht. Und es hat bis jetzt jeder geschafft. Darum weiß ich auch, dass du es schaffst. Unsere Eltern und Kundinnen gehen Richtung Mitte 80 und die haben es auch geschafft. Die haben natürlich auch Probleme mit den Augen. Nimm dir einfach einen Vergrößerungsspiegel und wenn du einmal den Dreh raus hast, mit halb geöffnetem Auge von oben nach unten absetzen, ist wie ein Untersetzer, wo du einen Teller drauf stellst. Das ist eigentlich alles. Und wichtig ist einfach, dass die Grundlage des Leads trocken ist, damit es einfach super haftet. Das heißt, ölige Haut oder auch zum Beispiel, wenn man Schlupflieder hat, gerne auch einfach das Lid anheben, wenn man Schlupflieder hat oder das Auge auf die Seite ziehen und dann den Lidstrich zeichnen. Dann gerne in der Zwischenzeit nach unten gucken und dann gerne das Lid spannen und dann die Wimper anbringen. Es gibt auch zum Beispiel, wenn ihr Schlupflieder habt, gibt es auch Tixo. Kann man einfach Tixo verwenden. Man muss sich da gar nicht irgendwie so spezielle Schlupflidpflaster kaufen. Tixo verwenden, die Haut einfach mal wegkleben, während man die Wimpern anbringt und dann loslassen und dann verschwindet euer Schlupflid hinter den Wimpern und ihr habt einen super frischen Look. Also meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr Fragen habt, Hilfestellungen benötigt etc. ist mein Team von CV Beauty für euch da und schreibt euch so schnell als möglich zurück. Ihr kommt natürlich auch in eine Warteschlange. Manchmal dauert es ein paar Stunden, bis ihr eine Antwort bekommt. Aber ihr bekommt eine, solltet ihr keine bekommen. Gerne nochmal schreiben. Passiert in den seltensten Fällen. Aber da bei uns Menschen arbeiten, können auch mal Fehler passieren. Und sonst tretet doch gerne bei in unserer privaten Facebook-Gruppe Celine-Victor-Wimpern. Da sind schon über 1500 Selfies, ich glaube keine Ahnung 600 Videos, super viele Feedbacks, Fragen, Hilfestellungen von unseren Lash-Ainsels, von Customer Care und von super super netten Damen, die bereits CV Beauty Produkte tragen und euch auch gerne helfen. Es ist eine super nette Community und ich glaube es fühlen sich soweit alle wohl. Also freut mich riesig, dass ihr einschaltet. Das Video wird wieder auf der Webseite unter dem Punkt Live Shows gepostet und auf der Facebook-Seite cvbeauty.de Wir sind eben parallel online auf Facebook und auf der Webseite. Also ich hoffe, ihr habt heute wieder mal Spaß. Eine halbe Stunde ist um und ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein paar Tipps mitgeben. Und für alle die, die eine schwere Zeit haben, kauft euch von Maybelline Jade den Augen-Makeup-Entferner. Der funktioniert super genial. Gerne mehr Flüssigkeit und ein paar mehr Pads verwenden, dann bekommt ihr das alles ohne starkes Ruppeln ab. Und es funktioniert mega einfach. Und das Abschminkprodukt, glaube ich, hat vier Euro gekostet. Also ist wirklich auch nicht so teuer. Also ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude. Wenn du noch nicht CV Beauty Produkte hattest, bestell doch heute. Mach dir selbst eine Freude. Sei es dir selbst wert. Beschenke dich einfach selbst und teste es aus. Es ist kein Fehler. Es war damals meine Passion, mich selbstständig zu machen, weil ich unhappy war mit den Produkten, die am Markt waren. Und ich möchte es natürlich weitergeben. Und ich würde mich auch freuen, wenn du weiter an andere Damen positive Feedbacks abgibst von uns, wenn du CV Beauty magst. Dass mehr Leute erfahren davon. Vor allem auch Damen, die kreisrunden Haarausfall haben oder krankheitsbedingt gar keine Wimpern. Das ist immer das Schönste, wenn man da auch wirklich helfen kann für Damen, die einfach gar keine Wimpern haben. Also meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wenn ihr Hilfe benötigt, einfach rechts unten im Live-Chat auf CVBeauty.de. Dickes Bussi, eure Selin und ganz, ganz liebe Grüße vom ganzen CV Beauty Team. Ciao, ciao!